Geld zusammenkratzen, auf Perfektion testen... Was? Jaja... Ja... Äh... So! Es geht los! 2D-Boys... Präsentiert... Wollt ihr früher? Ich glaub, die kann ich schon selber lesen. Kapitel 1... Flügel... Nerven hier eingehen. Ok... Was zu lieb wird? Hier wieder... Kapitel 1... Nach oben... So, lass sie da... Kinder leicht... Ziehen und ablegen, um bis zum Rohr zu kommen. Ja... Schöne Bällchen... Erklär uns mal so ein bisschen so, worum es geht. Das sieht man. Wir müssen einfach mit dem Bällchen einen schönen Turm bauen. Bis zum Möhr... Und dann... Die anderen müssen eine sein. Da... Weiter... Und das wird immer schwerer. Das ist... Das wird so anspruchsvoll. Das ist... Das wird so anspruchsvoll. Das ist... Eine kleine Schlucht. Ohja... Ich glaube... In einem Let's Play kriegst du es schon halb durch. Hm... Jenseits einer kleinen Schlucht erschien ein weiteres mysteriöses Rohr am Himmel. Seine Öffnung sieht warm und einladend aus. Die Gubälle fragten sich wohl, wohin es führte. Der Schildermaler. So, das Rohr sieht auch hier. Das sieht wirklich äußerst warm und einladend aus. Hier sind die Gubälle, die noch schlafen. Die können wir dann nicht wecken. Die müssen wir erstmal rüber bauen. Eine Brücke. Jetzt kommen wir nach architektischen Künstlern hier ein. Noch vier, sieben Meter. Hier also hineingucken. Und los. Drüben. So, jetzt ist der eine schon mal aufgewacht. Der zweite aufgewacht. Warte. Und zum Rohr. Und sie werden alle wieder eingesaugt. So. Weiter. Das mag vielleicht jetzt ein bisschen langweilig erscheinen. Auf den ersten. Irgendwann. Irgendwann ist fraglich. Durchhängen. Hoffentlich gibt es da wieder einen schönen Text, den ich lesen kann. Oh, weiße Gubälle. Ach, das sind irgendwie Schleimbälle. Oder Schluck. Nein, vergessen. Spuckbälle. Speichelbälle. Diese Höhle sieht aus, als ob es seit Jahrtausenden nicht mehr betreten wurde. Oh, ja. Bis jetzt. Als das Rohr oben durch die Decke brach, hat das Sonnenlicht wohl diese seltenen Albino-Ruhbälle geblendet. Sie merkten gar nicht, dass es zu schneien begann. Vielleicht wachen sie auf, wenn sie auf etwas springen können. Der Schild am Anna. Okay, ihr Sabberbälle. Sehen wir wirklich, dass ich spucke? So. Wecken wir die mal auf da unten. Und los geht's. Zack. Jump on. Zack. Hey, da schläft noch einer. Komm her. So. Wo ist das Rohr da oben? Bauen wir jetzt mal da hoch. Man muss aber sagen, das ist... Nein! Nein, nein, nein! Nein, nein! Der hat untergefallen. Ach, scheiße. Sieht realistisch aus. So. So. Sauge. Acht Stück 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, noch einer, einer geht noch, so, 14, weiter. Kann man jetzt nicht irgendwo überspringen? Hm, nein, nein, kann man nicht. Also, es ist einfach so. Ja. Oh, die Erde biert. Oh, jetzt kommt er in den Zwischendefenz. Die Stimmung. World Off. Oh nein. Jetzt Off. Wir gehen einkaufen. Next Off. Weiter geht's. Was vielleicht noch kurz gezeigt werden sollte, mit den Wellen, die man gesammelt hat, lässt sich in einer Art Free-Build-Editor schöne Türme kreieren. Hier. Ja. Da lassen sich schöne Türme bauen. Sehr hoch. Und hier steht auch was. Wenn du Level beendest, werden die gesammelten Extra-Goo-Belle hierher geschickt. Nett, sie wiederzusehen, obwohl sie anscheinend ihr Wesen verloren haben. Bla, 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 bla. Und dann kann man auch wieder zurücksetzen. Roms. Machen wir mal weiter. Ein paar zeige ich, glaube ich, noch. Zwei, drei, vier, fünf Stück. Oh. Ah, hier. Sehr gefährlich. Oh, die Musik ist schön. Da, 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 da. Die Goo-Belle wollten unbedingt das geheimnisvolle Röhrensystem erkunden. Selbst wenn es über unglaublich konstant dieses Terrain ging. Einer der Goo-Belle sagte wohl, dass er sich wie ein Gürteltier fühlte. Hm. Gruß der geheimnisvolle Schilder. Boah, das passt so gut zur Musik. Das musst du ja gar nicht mal hören. Ach. Hm, ob ich es hören will, ob ich es mir angehoben will, ist es wieder fraglich. Ey, da ist ein Fliegendes. Scheiße, was war das? Ah, das ist da, genau. Die setzen das zurück über eine Scheiße. Ich klicke mal drauf. Und, ah, hier. Seidkäfer knacken, um Aktion rückgängig zu machen. Ja, ableblich. Boah, Seidkäfer knacken. Zack.